Jo Leute, was geht ab? Willkommen zum neuen YouTube Video. Im neuen Video jetzt schauen wir uns mal an, welche Schuhe so 2020 auf uns zukommen. Was werden wahrscheinlich die Highlights sein? Natürlich, vieles davon ist noch nicht bestätigt, aber die ein oder andere Info sickert natürlich da immer durch. Genau das werden wir uns jetzt anschauen. Ich habe hier mein Handy am Start, habe mir ein bisschen was rausgesucht. Und ja, zu Beginn wollen wir uns direkt mal die Nike Travis Scott Modelle anschauen, die da jetzt rauskommen sollen. Angeblich möchte ja Nike mit Travis Scott einen Air Max 270 rausbringen. Gefällt mir persönlich optisch jetzt nicht so gut, beziehungsweise sogar ein 270 React. Bin hier gerade bei uns in der Heat Movement App, hat tatsächlich schon knapp 300 Upvotes von der Community. Scheint also trotz der etwas fragwürdigen Silhouette meiner Meinung nach gut anzukommen. Des Weiteren haben wir schon einen Dunk Low gesehen, der bei Travis auch schon on feed gesehen wurde. Mit 700 Upvotes bei uns in der App sogar sehr, sehr gefragt. Finde ich auch schwierig, aber meist ist es ja bei den anstehenden Reviews so, dass man sich erst fragt, okay, gefällt er mir jetzt, gefällt er mir nicht. Aber wenn man ihn dann immer wieder sieht, wenn er ein bisschen Zeit vergeht, findet man ihn dann meistens doch ganz nice. Nachdem wir bereits einen grün-olivenen 6er Jordan mit Travis gesehen haben, soll jetzt anscheinend der gelbe Jordan auch kommen. Wurde ebenfalls schon als Sample gesehen. Da gibt es immer die ein oder andere Spekulation. Ja, Travis hat gesagt, der kommt. Nike hat gesagt, der wird nicht kommen. Wir sind einfach gespannt, was da auf uns zukommt. Stückzahlen werden wahrscheinlich wieder alle super limitiert sein. Ich meine, ihr kennt die Travis Scott Collabs. Vielleicht habt ihr das ja auf Twitter mitbekommen. Da gab es so ein paar, ja, sage ich mal, Aufrufe von Fans, die an Travis sich direkt gerichtet haben und gesagt haben, hey, wir supporten dich bei deinen Auftritten. Wir kaufen deine Musik, wir hören deine Musik und jetzt dürfen wir nicht mal Schuhe von dir bekommen. Da hat Travis dann direkt darauf geantwortet und hat sogar gesagt, ja, er hat es auf jeden Fall auf dem Schirm. Diese Aufrufe, sage ich mal, bleiben nicht unerhört. Sprich, könnt ihr mir sogar vorstellen, dass ein Modell kommt, was ein bisschen unlimitierter ist. Wahrscheinlich nicht der 6er Jordan, aber behaltet es auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Des Weiteren werden wir einen neuen Yeezy 380 sehen, der Mist Colorway. Auf jeden Fall gut gewählter Name für den deutschen Markt. Optisch sieht er eigentlich ganz cool aus. Hab sogar letztens ein paar Samples gesehen, die angeblich sogar reflective sein sollen. Wäre ja auch mal keine schlechte Idee für den 380er. Des Weiteren, was schon sehr, sehr lange im Raum steht und auch bei uns in der App tatsächlich Community-Spitzenreiter ist, ihr könnt ja Up- und Downvoten, mit tatsächlich 5027 Upvotes, was wirklich crazy ist, der Off-White Air-Jordan, der Gelbe, der sogenannte Canary Yellow, wenn ihr es richtig ausgesprochen habt, der steht ja schon brutal lange im Raum. Bei der Ausstellung von Virgil wurde der gesehen, zusammen mit einem 4er Jordan und ich glaube noch Air Max und ich glaube, da war ja auch ein Air Force und so dabei. Aber wird sich die Zeit zeigen, ob der rauskommt. Falls ja, wird es auf jeden Fall einer der Anwärter für den Release des Jahres. Schon lange kein Off-White Jordan mehr gesehen. Die sind alle im Resale so teuer, dass man sich auch fast keinen mehr zulegen kann. Vielleicht hat man ja da mal wieder eine Chance. Wäre auf jeden Fall super nice. Des Weiteren stehen natürlich Yeezys an, 350, der Sinder, der Flux. Was haben wir hier noch? Der Linen. Der Yeshaya soll rauskommen, wobei beim Yeshaya auch zwei Colorways jetzt gesehen wurden oder angeblich in der Pipeline sind. Es sollen neue 700er rauskommen, 700er V3. Es soll ein All-Black-Modell rauskommen. Also unterm Strich wirklich einiges in der Pipeline. Schaut auch gerne mal bei uns in der App rein. Wir haben eine Kategorie im Release-Kalender, die nennt sich Unconfirmed und auch Rumored. Unconfirmed sind die Releases, die wahrscheinlich relativ sicher kommen. Nur das Datum ist noch nicht bestätigt. Und Rumored sind halt wirklich so die Gerüchte, wie man es halt sagt. Also Schuhe, die vielleicht mal irgendwo als Sample gesehen wurden, whatever, wo es Gerüchte gibt, dass die vielleicht kommen. Die haben wir da für euch gelistet. Ist auch die Kategorie, wo ihr mit Abstand am aktivsten seid. Also super cool. Schaut da gerne mal rein. Des Weiteren habe ich mir jetzt hier noch den 1er Jordan No Sale aufgeschrieben, mit auch über 1000 Upvotes bei uns in der App. Community Liebling. Retrofarben. 1er Silhouette. Sehr, sehr klassisch. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn er kommt. Der ist ja auch schon etwas länger jetzt im Gespräch. Kommt er, kommt er nicht. Kann mir auch vorstellen, dass er eher nicht kommt oder dass es wieder nur so ein US-Ding wird. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn er kommt. Wir als Retro-Fans werden es da sicherlich versuchen. Und zum Abschluss kommt natürlich auch wieder was von Nike Sakai, beziehungsweise wird vermutet. Ein Triple White Modell ist da unter anderem in der Pipeline. Hoffentlich kommt er. Wir sind ja große Nike Sakai Fans. Haben zwar nur einen Blazer. Einen Waffle haben wir leider nicht. Aber würde uns auf jeden Fall trotzdem freuen. So ein Triple White Schuh. Wenn er gegen Richtung Sommer kommt, werden wir es, denke ich, auch auf jeden Fall versuchen. Schreibt uns mal in die Kommentare, welchen Schuh ihr 2020 unbedingt released haben wollt, sage ich mal. Welcher Schuh soll unbedingt kommen? Habt ihr schon Mastkopf für 2020, wo ihr sagt, das sind meine, sage ich mal, Ziele. Das ist immer relativ so zu sagen, mein Ziel ist, das und das zu kaufen. Aber habt ihr schon was ins Auge gefasst? Lasst uns das super gerne mal wissen. Ansonsten Like, Abo wäre natürlich super. Danke fürs Einschalten. Wir hören, sehen uns im nächsten Video. Peace.